Ja, das geht so schnell, da die Kämpfer. Cool, ja. Kann man gut erkennen, was sind die, die ein bisschen größeren und dickeren? Ja, die müssen einen bestimmten Drop haben, richtig? Ne, geht nur um die Kills von den speziellen Fightern. Wir müssen gar nichts dropen. Haha, sorry. Sorry. GZ. Er hat einen Oger-Ring vor Oger. Gleich der erste Oger. Direkter Drop. GZ. Gut, ich hab's gerade, gut, ich zieh mir gerade.